Während man das guckt, merkt man einfach, wie man von Minute zu Minute einfach dümmer wird. Es gibt einen Gronkh-Best-of-Channel, der ist ziemlich gut übrigens. Der ist sehr, sehr unterschätzt, finde ich. Ja, es ist ein Underdog, weil da so unregelmäßig Content kommt. Ich meine, es ist ein Best-of-Gronkh-Channel, klar kommt da unregelmäßig Content, ja. Der Algorithmus mag uns nicht besonders, deswegen wird das nicht gut verteilt, deswegen kenne ich viele Leute Videos. Naja, es ist, wie es ist. Best-of-Long-Drive haben wir sehr lange im Stream gespielt und dann ist mir irgendwann das Save-Game verkackt. Ich habe sogar vor kurzem überlegt, ob ich es vielleicht wieder irgendwie hinkriege und wir die 5000 Kilometer, die man fahren muss, vielleicht noch irgendwann zu Ende bringen, auch wenn es noch ein paar Streams dauert. Aber ich muss erst mal gucken, ob ich das wieder alles hinkriege. Ich hoffe, dass das klappt. Okay, pass auf, ich zeige dir einen richtigen Hasen und ich kenne diese richtigen Hasen. Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Dann spritz darauf. Mit unserem neuen Spritz-Darauf-Polierer wird deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung und boom, du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Spritz darauf. Spritz darauf. Hallechen Popochen. Hier ist Ibermensch Radio. Schon mal bei Gronk-Reaks-Kanal vorbeigeschaut. Der ist auch sehr gut. Ist ganz toll. Versprochen. Himmel, Donnerwetter, Schmusel, Schwein. Ja, wenn ihr das Video gerade auf dem Rack-Kanal schaut, ja, lass mal ein Abo da. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Nach 13 Jahren wird es Zeit. Lass doch mal ein Abo da. So. Ja, hi. Hi. Willkommen bei diesem Spiel. Ich habe den Namen vergessen schon wieder. Ich vergesse immer den Namen. Und hier steht aber auch keiner. Es ist Distance Driven. Das ist das Spiel. Gut. Also, wir müssen zuerst entscheiden, was wollen wir mitnehmen, was wollen wir machen. Ich weiß die Anfänge gar nicht mehr. Kann ich eine Socke? Kann ich die an den Ofen? Habe ich einen Ofen überhaupt? Ich mache die mal hier. Kann ich das hier anpinnen jetzt? Ist die... Oh, ein Schraubenzieher. Guck mal. Kann ich den mitnehmen? Ja, ne? Ich wusste noch gar nicht, was das ist, ne? Ähm. Ähm. Ich habe das alles vergessen. Ich... Was? 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 Ich weiß jetzt nicht mehr, was da passiert. Ähm. Was war das? Ich habe doch nur den Tampon genommen. Das ist nicht der Effekt, den ein Tampon auf den männlichen Körper hat. Ich... Ich habe doch nur... Wieso weiß er das? Vergangenheitsform. Wir sind nicht sehr weit gefahren. Auch das habe ich vergessen, wieso. Ich gehe mal in den Keller. Und wir müssen... Ganz kurz, um das zu erklären. Wir müssen uns auf eine Reise vorbe... Wir gehen vielleicht nicht in den Keller. Harry Potter, die späten Jahre. Oh, ich gehe doch in den Keller. Wo ist denn der Treppe? Wir müssen uns auf eine Reise vorberei... Vorbereiten. Es ist eine sehr lange Reise und begleiten wird uns Frau Merkel. Ja, es ist eine politische Reise. Wir müssen dringend... Nein! Bitte nicht! ... in ein anderes Land. Bitte keine politische Reise. Das ist sehr wichtig, dass wir... Das ist nicht gut gealtert, Vergangenheitsform. Lass mich in Ruhe! ... um gewisse Dinge aus der Welt zu schaffen. Und da kann uns nur Frau Merkel helfen. Puh! Die hat es ja auch in der Vergangenheit oft geschafft. So, und sie tut das, was sie wirklich am besten kann. Sitzen? Auf der Reise. Und das ist einfach sitzen. Ja, sitzen. Sitzen ist ihre Stärke. Und das wollen wir natürlich auch hier mit einfließen lassen. Warte mal kurz. Okay. Uäh! Nein! Ach, sag mal! Okay, kann ich jetzt loslassen? Ja! Okay, wir haben eine Beifahrerin. Das ist sehr gut. Das ist wichtig. Ich wollte mich gerade darüber lustig machen, dass wir hier... Uuuuh! Häh! Oh! Das habe ich vergessen! Was? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Das habe ich vergessen! Ob ich den mit der Schrot da runterholen könnte? Was ist der Sinn vom Spiel? Das Weihnachtsfest begehen. Gemeinsam. Auf dem Scheißhaus. Und Leute, die fragen, was der Sinn vom Spiel ist. Weißt du, was die zu Weihnachten kriegen? Ein Stück Kohle? Ist das ein Stück Kohle? Ein richtig schönen Nürnberger Rostbratwurst. Baa! 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 Was ist das? Ich habe das völlig komplett verdrängt, einfach die Anfänge. Du bist so lieb. Endlich Winterurlaub. Hä? Der Schneemann bewegt sich gerade da hinten. Ähm. Kommt er auf uns zu? Der kommt auf uns zu? Was? Der kommt uns hinterher? Was? Höh! Oh. Ähm. 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 Was? Was? Gibt es für das Spiel eigentlich auch Mods in der Map oder so? Dass man mal guckt, wo man vielleicht ist. Ein Falkatlas? Das wäre ganz schön. Fulkatlas? Weißt du, was ein Fulkatlas ist? Das ist eine Straßenkarte, in die zwei Bürger eingewickelt sind. Boah, was für ein Aschloch. Wie ihr das wieder beim Tobi petzen werdet. Wow. Wow. Ich weiß es genau. Der arme Tobi. Mit dem wir noch mal morgen entschautet, auch freue ich mich drauf. Ich habe zwei Fragen. Frech einfach. Erstens, der blaue Schneemann da drüben, ne? Kommt der näher? Und zweitens... Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte ja, was ist denn das da? Und zweitens, sind hier Bewohner in dem Haus? Ja, da oben kommt Rauchhaus. Sieht bewohnt aus. Null Schuss. Null Schuss. Null Schuss. Schade. Das Auto hier sieht viel besser aus als unseres. Kann ich hier mal kurz festhalten. Oh. Gut, dass ich keine Muni habe. La 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 la. Ich weiß gar nicht was hier. Was macht der Mann da? Was ist denn das? Oh. Ich weiß überhaupt nicht. Ich... Wir sollten uns in Sicherheit bringen. Hört ihr das ganz leise? Was... Was denn? Ich höre einen bärtigen Mann lachen. Das klingt auch bedrohlich. Ah! Der kam durch... Der kam... Durch die Wand. Der kam einfach durch die Wand. Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Geling, geling, geling. Oh, okay. Zwölf Kilometer. Der kam durch die Wand. Alter, willst du mich verarschen? Ja, das war... The Long Drive. Bitte noch eine Runde. Ja, aber nicht mehr heute. Hä? Geiles Layout. Nicht mehr heute. Cooler Film. Den sollte man gucken. Drei Jahre später? Ist das das Spiel, was mal gespielt hat? Deswegen habe ich mich nicht daran erinnert. Das war die allererste Runde, die wir irgendwann mal gespielt haben vor tausend Jahren. Deswegen. Das war das allererste Mal, dass wir es mal ausprobiert haben. Deswegen kam mir das so komplett anders vor. Ach so. Junge, warum spielt ihr so mit meinen Gefühlen? Ich dachte, ich dachte, kickt lang ist immer schon Vergesslichkeit. Kickt ein bisschen rein. Ich habe ihn doch. Das ist das, ne? Okay. Character. Ach so. So, ne? Das sieht schon wieder... Ja. Jetzt nämlich. So nämlich. Utz, 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 utz. Bebildet. Wolken. Bebildet. Wolken. Was? Entschuldigung. Ich war gerade kurz abwesen. Ähm. Ich weiß nicht, was ich... Mustache bin ich dafür. Skin. Mhm. Haut ist gut. Ich empfehle immer Haut zu haben. Würde ich glaube ich so lassen. Oh Gott. Ich erinnere mich ganz düster. Genau. Hier war nämlich kein Schnee. Hi. Ich bin's. Tobi. Also... Mussten wir den Wagen erstmal reparieren? Tobi. Hör auf Tobi. Es reicht Tobi. Entschuldigung. Riecht mal. Überdreht. Haben wir irgendwo ein Ersatzrad? Wir hatten doch... Warten wir unten ein Ersatzrad? Wart mal. Hier, ne? Die hat es weg. Ah, naja. Okay. Das... Hallo. Hallo. Ich bin's. Thomas Gottschalk. Ah, Bebe. Ah, Bebe. Guten Tag. Kommen Sie doch auf meine Gäste-Couch. Das ist ja grad wichtig. Die kommt mit. Sit. Nein, nicht ich. Wo? Ich will doch nicht sitzen. Ähm. Wo ist denn... Wie... Nein, wie komm ich wieder raus? Wie komm ich denn... Nein! Wieso ist die denn jetzt? Nimm bitte die Puppe und jetzt... Wie komm ich denn wieder raus? Ähm. Jetzt ist ja aus dem Auto raus. Äh. Dear Nobody, Dankeschön. Lieber Nobody, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön nochmal, ne? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ähm. 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 Entschuldige Sie bitte. Wie komm ich wieder raus? Erstmal ein Date bitte. Und dann pack ich das... Kann ich das hier mit kombinieren? Ne, ne? Ähm. Gummis sind wichtig. Ja, nimm mal mit. Warte. Ah! 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 kriegt das mit, das ist in unserer Garage. Oh, oh Gott, was ist denn... Was zum Teufel ist das? Ein süßes Kaninchen. Knack. Juhu. Ich weiß nicht genau, was wir da... Ah, ist das der Schatten? Wir sind ein bisschen verklemmt. Ist das der Schatten? Guck mal. Bisschen steif, ne? Ich komm immer noch nicht auf den Hasen klar, ne? Ich wollt's nochmal sagen, ich komm immer noch nicht auf den Hasen klar. Wie random es einfach war. Und wir haben ihn noch gehört, irgendwie in der Ferne. Das war keine gute Idee. Ach doch, war's. Sit. Ähm. Äh. Oha. Oha. Twitter brennt. Twitter brennt. Oh nein. Ich spiel Quidditch. Hilfe. Nein. Vergangenheitsgrange auch schon ein guter Typ einfach. Hilfe. Sehr gut. Ähm. Du bist ein Zauberer, Harald. Nein, der Besen. Tot. Oh nein, die Glocke schon wieder. Oh, die Glocke schon wieder. Oh nein. Alter, was für ein Monster. Alter. Boah, ich krieg die Krise. Ähm. Ich wünsch mal, könnte die essen oder braten. Ohne Knarre. Null von 200. Ja, aber wie kann ich denn... Warte, ich bin gleich fertig. Warte kurz. Du musst nachladen. Dauert auch nicht lange. So, weißt du was? Pick up. Die esse ich jetzt auch nochmal. Warte. Warum sieht hier alles aus wie... Ich bin so unreif, ne? Ich bin so unreif. Aber sie köst nicht aus. Aber die Salami, die ist gut abgehangen. Ja, die sind köst nicht aus. Meine Gedanken sind besessen von... So, warte, ich muss echt... Oh, warte kurz. Ich muss mal ganz dringend. Ich muss mal ganz dringend. Oh, der Schatten ist auch schön. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Warte mal kurz. Ah, Moment. Ich seh nichts. Warum ist das so dunkel? Ähm. Oh. Nein! Ist die Wurst da reingefallen? Nein! Wo ist die leckere Wurst hin? Nicht die. Das ist nicht die leckere Wurst. Das ist die falsche Wurst. Ist das gleiche T-Shirt? Ja, das ist das gleiche T-Shirt. Ich hab damals schon dieses Lurchwurz-Shirt getragen. Dieses hervorragende Lurchwurz-Shirt. Hab ich damals schon getragen. Ähm. Und dann hat Pale World einfach bei mir abgekupfert. Die haben einfach das Shirt in den Spiel verwandelt. Der ist einfach frech, ja. Ist das gleiche Shirt. Oh, mein Kackbalken ist voll. Hier, hier, neben mir. Mein Kackbalken ist voll. Junge, 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 Junge. Boah, wer hat denn die Geräusche gemacht einfach? Will ich das nur wissen? Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Guck mal. Ja, kannst du stolz sein. Mama, guck mal. Zeig mal. Qualitätsbalken. Mama, guck mal. Sehr formschön, sehr gerade. Hier, hab ich gemacht. Gut gelungen. Kann man sagen. Wo stelle ich denn? Geht das nur im Hauptmenü? Ach, hier, Englisch. Okay, warte mal. Sparen, laden. Sparen, laden. Ab einen. Los, ab einen. Oh, schön. Okay, das wird gut. So, guck mal. So viele Samen hast du. Das sind deine Samen, ne? Ich wollte es mal sagen. Damit du vielleicht Bescheid weißt. Haben sich die Hoden einfach in den Körper zurückgezogen. Damen und Herren, Sie hören eine Interpretation von Friedrich Wagenknecht in der dritten Schatulanz der siebten Intonien, eingefädelt, natürlich, über die Strowi-Powski aus dem Zeitalter der Boulogne. Warte, warte, es geht bergab, es geht bergab, es geht bergab. Ich will den Motor nicht starten, es geht bergab und die Sonne kommt raus. Die Sonne kommt raus. Leute, die Sonne. Ja. Sonne. Auto. Motor. Ja. Manchmal läuft es einfach. Über Mensch Radio. Wir sind die Helden. So, guten Tag allerseits. Ich bin so froh, dass ihr unsere Radio anhört. Ich mag keine Hasen. Ich mag Hasen nur für Abendessen. Wo ist mein Gewehr? Ich habe die letzte Nacht nur noch Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch so mange Konserven da sind, dass man essen kann. Oh, übrigens. Was ist euer Lieblingsfutter? Was magt ihr am besten? Schreibt uns oder ruft uns an. Naja, wenn ihr ein Telefon hat, das noch funktioniert. Und du Futter ist schon lecker. Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Dann spritz darauf. Ja, spritz darauf. Mit unserem neuen Spritz darauf polieren wird deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung und boom, du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Wenn du noch jetzt uns anrufst, dann geben wir dir eine extra Schwammdokke dazu. Spritz darauf. Spritz darauf. Wir brauchen eine Karre. Ja. Wir brauchen ein Motorrad. Ja, Mann, brauchen wir. Kaliber. Der Land ist so groß und ich heiße Konrad. Hey, Konrad, grüß dich. Warum stehst du hier noch? Jemand legt doch deinen Arschloch. Was? Was? Hier ist Jan. Wollte ich gar nicht. Oh, geil. Mh, Spritzgebäck. Das hauen wir uns jetzt rein. Äh, hauen wir uns das rein? Wieso kann ich das nicht essen? Oh, muss ich erstmal wieder kacken. Warte, weißt du was? Mach ich sowas wirklich im Stream? Wenn ich schon kacken muss, dann mach. Ja, sie werden in der Fahrt echt was aufgestaut. Und das guckt ihr euch an? Ich wollte nur sagen, er hat mich angegriffen, ne? Er hat mich einfach angegriffen. Hier. Naja, besser als wenn das, ne? Immer noch besser als wenn das. Okay. Teil sie dir gut ein. Wenn ich das Auto zum Haus fahre, ich will gerade alles tun, um Benzin zu sparen. Wir haben kein Benzin. Ich will mit dem Auto keine unnötigen Strecken machen. Ähm. 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 Ah. Wenn ich nur das Best-Off kennen würde, ich würde mich wirklich fragen, was der Mann da spielt. Ist das gut? Heilige Scheiße-Toiletten-Busenhalter. Nur zum Nachrichten. Heilige Scheiße-Toiletten-Busenhalter. Ich will so fluchen. So will ich fluchen. Deutschland ist immer das beste Land aller Zeiten. Es hat Sand, aber auch wenige Bäume. Ja, ihr habt das gut gehört, ihr Penner. Deutschland hat noch einen kleinen Wald. Ihr habt das gut gehört, ihr Penner. Wer ist eine Beifahrerin? Äh, das ist Renate. Ach, Renate. Renate Rachengold. Was? Da unten ist ja ein Karnickel. Aber ja, wir sollten auf jeden Fall... Oh, hey. Damals, als es nur Renate war... Ähm. Ich mein... Naja, wenn... Wenn Renate Hunger hat, dann hat Renate Hunger. Wer, wenn ich das hier überurteile? Es ist die italienische Hartwurst. Ich sag's ja. So. Ja, sie riecht vorzüglich. Du machst das schon. Ich kann nicht fahren. Okay, gut. Weiter geht's. Renate, du Schwein. Die hat nicht mal gefragt. Ich dachte, was ist denn das da oben? Die hat nicht mal gefragt, die Renate. Ich dachte, was war meine Brust, aber es war meine Glatze. Oh, sie ist fertig. Hab ich gar nicht gemerkt. Hey. Ja, probier'n's mal. Ihr seid aber geil drauf, diesen Todes-Counter hochzuzählen, ne? Ja! Geronimo! Geil, da lag aber ne Scheiße rum. Okay, hier ist auch ne Haufen Scheiße drin. Okay. Ähm, was? Was ist das denn? Fast so spannend wie der Rest des Spiels. Echt? Guck mal. Fast so scheiße wie deine Kommentare. Guck mal hier. Wie? Oh, was? Ich bin empörend. Wie der Grog mit seinen Zuhörern gar nicht umgeht. Wie kann er die? Nein, ich hab gegessen. Nein, ich wollte nicht essen. Ich wollte werfen. Yo! Scheiße Weitwurf. Geil. Oh, ich hab grad Kacke gegessen. Oh nein. Wie passt das, wenn das passiert? Jetzt kommt nicht nur Scheiße aus dem Maul. Und jetzt stinkt auch noch. Das müsste es sein, ne? Last. Ist das Laden? Load? Last? Ach, Last. Load. Ja. Ist Laden speichern. Was? Was? Ist Laden speichern? Nein, eigentlich nicht. Hä? Aber Laden ist nicht speichern. Hä? So dumm ist Laden speichern. Bitte lass mich das Momentum mitnehmen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee haben wir gelernt. Oh, 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 oh. Oh, sweet summer child. Oh, du weißt es nicht. Oh Gott. Ach, gefangen. Oh Gott. Der ist aber mitten in meinen Wagen reingespawnt. Entschuldigung. Da kann ich dir aber nix für. Wir reden nicht darüber. Der ist mitten in meinen Wagen reingespawnt. Also da, Entschuldigung. Hier steht noch nix von Wildwechsel. Und ich bin wieder der Böse, wa? Ja. Nur weil der in meinem Kühlergrill spawnt. Ich werde wieder auf Mastodon gecancelt. Aber dem Hasen passiert nichts. Außer ein bisschen tot. Und ich muss dann wieder rauskratzen. Oh. Warte, der kommt. Oh, warte, warte, warte. Ja, warte. Jetzt kommt noch raus. Oh, der steckt fest. Ich hätte mehr trinken müssen. Warte, ich versuche, ich versuche ein bisschen anzuwinkeln. Oh. So ist besser. Puh. Oh. Eine Albino-Wurst. Ich sehe einfach keine Farben. Für mich gibt es keine Farben. Ja, ich mache da keine Unterschiede. Die Farbe ist egal, Leute. Hey. Es kommt nicht auf die Farbe an. Hey. So. Ah, wir brauchen... Vielleicht wachsen ja Bäume draus. Ein Bus. Mal gucken, ob wir einen Bus finden irgendwo. Hier ist der Übermensch-Radio. Ich bin Hans Zimmermann aus Deutschland. Der beste Land aller Zeiten. Schmetterling, Himmel, Donnerwetter. Heute ist es sehr heiß. Heißer als in einem Ofen. Ist das jetzt damals oder jetzt? Nee, das ist jetzt. Angelina, danke schön. Vielen Dank, Angelina. Ich dachte gerade, das wäre noch von damals irgendwo. Angelina, vielen Dank. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön, liebe Angelina. Vielen Dank. War ich ganz kurz irritiert. Das in Deutschland gebaut worden ist. Huch. Das ist in meiner Wiener Schnitzel. Ich muss ganz dringend Pipi machen. Sonst kann ich nicht Radio machen. Ich möchte nicht in der Studio Pipi machen. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre mir so sehr wie ein Kind. Arriba. Ja, ein Alba. Okay, das ist genug. Okay. Tut mir leid. Das ist das Beste. Das ist von Beethoven. Das ist von Beethoven. Lale-lu. Hm. Warte, zweite Strophe kommt noch. Warte. Ich habe noch eine Strophe. Warte kurz. Ah, Bildungsfernsehen. Da werden so Rosenblätter durchs Bild. Bildungsfernsehen. Spielempfehlung? Auf jeden Fall. Während man das guckt, merkt man einfach, wie man von Minute zu Minute einfach dümmer wird. Ist alles ein bisschen wild. Man muss sich daran gewöhnen. Aber ist schon sehr geil. Macht Spaß. Ist ihm gerade das Essen aus dem Maul gefallen? Oh nein. Oh nein. Oh shit. Nein. Okay, ich sehe es schon jetzt. Ähm. Was ist denn? Da werden wir wieder. Ist das gut? Sollte man das dabei haben? Kann man die essen? Kann ich das am Wagen anbringen eigentlich? Ist die Hand. Hallo, Chat. Hallo. Wie die Queen. Hallo. Schnauzehase. Jetzt hat er mal ruhig. Einmal in deinem versifften Kackleben. So. Händchen fährt mit. So ein Brathändchen? Oh Gott. Hä? Voll erschrocken. Oh, puh. Okay. Ich wollte eigentlich. Hab ich mich erschrocken. Wann spielst du das wieder? Wenn wir den Spielstand repariert haben. Ich hoffe wir. Und ich weiß auch gar nichts mehr von dem Spiel. Sarah, dankeschön. Vielen, vielen Dank Sarah. Dankeschön. Ich weiß gar nichts mehr, wie das geht. Da denke ich. Ran 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 Alten Spielstand laden? Nee, komm, oder? Wir ziehen durch. Alten Spielstand laden ist ein bisschen lazy, finde ich. Ist ein bisschen wie Cheaten auch. Ja, ich fang auch immer wieder neu an das Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Alter! Oh, der war ein Stein! Ich würde sagen, wir laden alten Spielstand. Ich finde die Idee ganz gut mit dem alten Spielstand. Da ist auch nichts. Nee, Motorraum ist auch nichts. Der ist einfach despawned. Hast du keine Beifahrerin dabei? Da saß gerade noch eine, ich schwör's. Vor dem Unfall war doch noch ein ganzer Mensch. Da waren's noch zwei. Da waren's nur zwei. Ich möchte nicht darüber reden. Hier ist viel schief gegangen. Hier ist einfach sehr viel schief gegangen. Der Hände auf Blatt ist Beifahrer. Entschuldigung, ich muss nicht lachen. Warte da. Was ist das mit sich füllen? Wieso geht denn sich füllen immer ne weg? Warte mal auf jetzt! Drei, Entschuldigung. Ja, eine war noch ein Beifahrer. Du hältst immer die Schnauze rein. Hä? Die sind aber auch aggressiv. Man muss die töten. Die sind sehr aggressiv. Was hat der Mensch für Körperfunktionen eigentlich? Das war nicht im Spiel. Achso. Ja. Ich verfalle immer wieder ein altes Muster. Ich seh schon. Oh. Tradition müssen wir wahr bleiben. Achso. Ach, der war schon offen und ist ausgelaufen. Oh, gut. Beruhigt mich. Ähm. Oh, der Herzschlag meines Autos. Das ist die TARDIS. Ich glaub, mein Wagen... Ah. Ist fertig. Ne, doch nicht. Ne, noch letztes aufbäumen. Warte. Warte, 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 warte. Ich glaub, das ist die TARDIS. Oh, oh, oh. Transformers Porno. 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 Transporners. Achso. Oh. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie eine Gummipuppe kaufen wollen. Wir haben noch eine übrig. Und sie hat auch Ihre Füße. Oh, mit Füßen. Ganz, ganz schön. Das ist ja fantastisch. Konrad, du Mistflieger, du feige Sau, wo bist du? Ich hab noch eine Frage. Wir haben noch ein bisschen Profis hier, ne? Sind Beine bei einer Gummipuppe erstören? Oder von Vorteil? Das haben wir nie aufgeklärt, eigentlich, ne? Okay, ab geht's dafür. Ich mein, bergrunter können wir ja, ne? Oh, oh. Ich hoffe, wir kommen da gleich wieder hoch. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ist zu schnell, ist zu schnell, ist zu schnell, ist zu schnell. Das war zu schnell. Oh Gott. Oh, Alter, die Tachonadel. Oh Gott. Warte, warte, ich fahr mal hier. Yeah! Nein! Ähm. 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 Äh. 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 Schon wieder? Äh. Ich komm nicht mehr raus. Äh. Äh. Da haben wir die Tonne noch im Beifahrer. Das stimmt ja. Ich erinnere mich. Wenn euch schlecht ist, bitte kotzt in der Tüte, weil das können wir später noch essen. Es gibt echt sehr wenig Nahrung hier am Ende der Welt. Wir müssen gucken, wir mal alle an. Wir müssen gucken, wir mal alle an. Ich bin hier. Ich hab hier schon mal ein Stück Scheiße abgebissen. Ihr wisst es noch. Unten im Brunnen. Das wird sich alles versehen. Das war nur noch versehen. Aber es war nicht das Schlechteste, was ich hier gegessen habe. Äh. Äh. Das kommt vorne raus? Äh. Wieso kommt das vorne raus? Wieso kommt Scheiße aus meinem Penis? Vielleicht hat er nie gelernt zu scheißen. Äh. Das ist biologisch nicht so vorgesehen. Das ist äh. Ich hab mir das immer anders vorgestellt. Ich hab im Bio nicht aufgepasst. Wollte er gerade in den Korb scheißen? In den Einkaufskorb? Ich... Warum? Ich war beim Bäcker. Ich war beim Bäcker und hab leckere Printen gekauft. Ah, ne Zimtrolle. Mama. Da ist auch ne Zimtrolle drin. Geil. Mama, ich war beim Bäcker. Oh, okay. Okay. Das ist äh. So stell ich mir Chat vor. Wenn ich wieder komische Sachen mache. Oder wenn ich wieder irgendwo gegen gefahren bin. Hier. Er hier so. Not like this. Ja. Das ist Chat. Und das ist Chat, wenn ich mal wieder alles loote oder umsortiere. Oder das Auto zusammenklebe. Ja. So stell ich mir das vor. Fifty Shades of Chat. Mein Kollege. Was? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Hm? Früchtchen? Oh, das ist aber in die schämende Ecke. Oh! Ah! Äh, äh, liegt aber freudig. Oh! Oh, das sieht aber, oh! Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Oh! Draw me like one of your French-leichen. High Vigas Canon Enror. Warte, ich mach das mal so und dann... Oh! Das sieht ein bisschen aus wie ein Kunstwerk. Das sieht aus wie von Michelangelo. Oh! So! Gut! Gut! Reicht auch! Tschau! Das ist schnell eskaliert! Wir machen das schon! Na gut! Was zum Teufel ist das denn? Ein Tunnel. Schon wieder? Warum liegen die so übertrieben breitbeinig da? Ja, unsere Füße am Auto! Oder? Füße am Auto sind das LED des kleinen Mannes. Und hier noch... Der soll hin nähen, ne? Der war zu groß einfach. Ich glaube... Oh, ich glaube das geht nicht. Jetzt die Tür zumachen einfach. Ich... Ich glaube das geht nicht. Mach mal jetzt die Tür zu. Testweise. Jetzt würde ich es probieren. Ich bin so... Ich bin bereit. Komm raus, komm raus. Nein! Nimm deinen Arm da raus. Nimm bitte deinen Arm da raus. Da hast du nichts drin ver... An der Hüfte ziehen. Nur dann lernt er. Ich lass den so dran. Oder so. Ich lass den einfach so dran. War doch nur eine Frage. Ja, aber wir fahren ja nicht zurück. Oh Gott! Oh Gott! Wir fahren ja nicht zurück! Heilige Scheiße! Holy Shit! Wir fahren übrigens nicht zurück. Oh Gott! Nein! Jetzt rollen wir... Ich schwöre, ich fahre normalerweise besser. Oh, schön! Schöner Flug aber! Sieht irgendwie schön aus! Sag mal, wie oft scheißt der Mann! Oh Gott! So, warte! Er tut's wieder, oder? Oh! Na ja! Wird schon... Wird schon gehen! Physik-Engine austesten! Wollte ich auf den Stein legen! Aber die rollen einfach runter! Na ja! Na ja! Gut! Schön in die Kacke! Mhm! Er tut es schon wieder! Was ist denn... Was ist denn mit ihm los? Beste Freunde! Was ist mit Vergangenheitskrank eigentlich falsch gelaufen? Warum drückt der immer Leute oder Hasen in seine Scheiße rein? Was ist denn mit dem Jungen falsch gelaufen? Oh! Heute bin ich viel vernünftiger! Oh! Scheiße Wettrennen! Ich glaub die rollt auch 5000km weit.... Ja! Die rollt auch! Guck mal! Ich glaub die kommt auch an! Nea! 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 Neuu! Nea! 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 Ops, wir haben 115 Kilometer geschafft, in dem wir stundenlang rumgef- obwohl wir am Anfang das, ne, den Wagen haben wir ja gemacht und so, wir haben ja in der Garage angefangen, alles zusammengeschraubt und so, aber alter. Oh, puh. Hm? Oh, ab einen. Annulieren, ab einen. Ab einen, ab einen. Oh, diesen Deutsch ist sehr gut. Junge, 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 Junge. Ich glaub, er war ein bisschen damaged von dem Game. Ich glaub, wenn du stundenlang diese Scheiße spielst, dann, oh. Kommt das noch auf YouTube? Boah, will man sowas auf YouTube gucken? Ich weiß nicht genau. Hahaha. Fortsetzung quockt. Bis zum nächsten Mal. Dieses komische Channel-Avatar von dem Best-of-Channel, der ist so furchtbar. Und wieso bin ich hier mit Glatze drauf? Das wird ne wilde Klassenfahrt, Best-of-Long-Drive 2. Gucken wir mal nächstes Mal. Wir müssen uns ein bisschen aufsparen, da gibt's nicht so viele von. So gut war das jetzt auch nicht. Das Best-of war super, aber der Typ ist scheiße. Ja, die Folge 2 gucken wir nächstes Mal. Wir wollen uns ein bisschen aufsparen. Ja, wir wollen uns ein bisschen aufsparen. Wir müssen ein bisschen strecken, den Content, ja. Wir müssen jetzt mal was anderes gucken. Sehr, sehr geiler Katali. Vielen, vielen Dank. Das wertet es einfach direkt nochmal auf. Du machst mich lustiger als ich bin. Ich danke dir. Viel, viel Dank. So, lasst ein Abo da. Best-of-Groong-Channel, ja, falls ihr noch nicht habt. Und wenn doch, dann gibt's Arschvoll, ja. Ähm, nee, oder wenn nicht, nee, wenn nicht, wenn nicht, gibt's Arschvoll. Ist egal, gibt's sowieso Arschvoll. Ja, wenn ihr wollt, gibt's einfach einen Arschvoll. Ja, lasst gerne ein Like da und vielleicht auch ein Kommi. Ich würde mich sehr freuen, weil der Algorithmus beim Best-of-Channel, der ist leider komplett... Der Algorithmus beim Best-of-Channel ist quasi wie die ganzen Hasen immer mit dem Gesicht in der Scheiße. Ja, also der Channel ist quasi immer, das ist leider... Nun ja, bis später, ciao!